UNTERTITELUNG CHILDREN BALTIGAS JAG HENZ AYEM ZE LIL ZE LIL ZE LIL ZE LIL ZE LIL Oh, ich bin jetzt für meine Wette. Tja, auch das passiert. 31. Spielminute, Tor für Hertha BSC. Torschütze mit der Nummer 13, Jens. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, das hat er gehabt für alles. So, guck mal das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.